Da ist immer noch die scheiß Taube gewesen. Ja, es ist ja... Das kann es nicht sein. Ey, er hat Probleme, Leiter hochzuklettern. Was ist das denn? Beklettert die Spiderman die Hauswände hoch, aber guck den Leiter nicht hoch, ey. Wie hast du mich getroffen? Ich bin nicht gelaufen. Man nennt mich auch John Cena. Jetzt krieg ich ne Klatsch. Jetzt bin ich nur John Cena. Komm, schnappst du dir. Mach ihn auf Avatar. Komm, schnappst du dir. Jetzt muss ich auf Pokémon denken, ey. Ich stelle hier erstmal kurz. Nein! Ich stelle dein Gartenstuhl, scheiße. Jetzt nimm mich den Gartenstuhl, jetzt bin ich OP. Ich bin nicht OP. Ich kann nicht klettern, ich kann nix machen. Oh, er schmeißt nackt. Mach das nicht auf, ey. Nein, das war nicht professionell. Ja, das war doch professionell. Sie ist echt immer Lootpapadise. Wenn man nicht runterfällt. Den Postkastenkill. Da. Da ist der Postkastenkill. Schön in den Arsch getreten, ey. Oh, Double KO. Er haut gegen ne Box, äh, gegen ne Mülltonne und da kommen Hähnchen raus. Wir müssen echt so ein Duden erstellen. Yoshi, Deutsch, Deutsch, Yoshi. Ja, da haben wir es, da haben wir es. Ja, wie beim Chinesen um die Ecke. Er dauert hängt hier irgendwo, er dauert hängt hier was rum, Katze vermisst. Filme. Oh, ich mich, oh, Alter. Oh, das war's mal, Alter. Björn. Das berichtet dein Gras. Alter, das ist laut hier unten. Hier oben ist das noch lauter, äh, lauter, äh, lauter. Lauter. Äh, äh. Zähne. Was ist die Zähne? Ja, moin. Meine Katze ist kaputt. Ja. Oh, Königlicher. Wo? Ja, habe ich ihn. Ein und zwei, gelben Markiere. Hubschstall. Man, auf den Wolf kann man ja null aimen. Dafür musst du ich hier aber jetzt nicht. Ja, darf ich muss... Aber doch. Nö, das war gut. Ich habe lange du es gut, 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 du, gut, gut, du, gut, gut, du, gut, 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 gut. Was? Das ist ein Fettzer. Aber voll drauf. Was war das denn? Wenn er jetzt noch lebt, dann kriegt er Schelle mit dem Klappstuhl. Hat er gesagt. Nein. Wieder Zweiter geworden. Die Tastatur muss wieder dran sein. Nur noch durchfegen nachher, weil ich alles Tastatur drüber nehme. Eskaliert das denn hier immer? Ne, mein Handy. Was ist denn was von der Tastatur? Lutz die Zeit, um ein bisschen zu üben. Der Einsatz beginnt bald. Ach, scheiße. Machen wir mal die Tür kaputt. Scheiß Tastatur. Jetzt ist echt so eine Taste von der Tastatur untere Tür, dass sie nicht mehr richtig auf und zu gehen. Jo. Aber der Gulag Meister. Guck mal, der ist von der Nachbarin, der Hexenwesen. Fünfter Win. Ich weiß, wie wir Win-Win kriegen. Wie bei Mario Kart. Was war das? Hab ihn. Hab ihn. So zigzaglaufen. Ja. Schild weg. Hab ihn. Ja. Jetzt war's. Nein. Ich bin nicht unten, ey. Wie oft wird diese Runde jetzt schon draufgegangen, ey. Ja. Ich wollte keine Antwort auf diese Frage. Ich schlaufe zum Neustadt-Bus. Ja, erstmal musst du am Kaktus vorbei. Okay. Dann können wir die Teammates auch brauchen. Ah. Das Lama ist weggeriftet. Was? Lama kann riften? Ja, eben gerade. Warte mal kurz. Das ist keine Medizin. Das war aus der Samenbank. Die haben die Becher verwechselt. Die, äh. Das Gebra... Gebrannte. Das Ge... Oh. Die Gebäude im Brand steckt. So. Ja. Sowas von. Der sieht doch aus, ne. Wer wär's. Oh. Verdammt. Was ist denn Blue Pearl? Das sieht doch schick aus. Blue Pearl. Nicht die Black Pearl. Die Blue Pearl. Nein. 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 Einfach nur aufs Spiel konzentrieren. Nicht auf die Zeit gucken. Nicht im Chat gucken. Einfach Tunnelblick haben. Im Tunnel. Oh. Nein. Ich bin wieder im Chat gekommen. Oh man. Ich bin zu blöd, Alter. Ich bin zu blöd. Ich bin einfach zu blöd. Okay. Man hört den Timer. Das war's mit Gold. Bronze, Silber und Gold habe ich ohne mit Gold. Das auch nicht. Würde mal sagen Russisch. Oder fränisch. Weißt du? Puttianisch. Also ich warte keine Film. Guck mal. Der Justin ist auch dabei. Und jetzt ist wieder raus. Er war dabei. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Jetzt ist er wieder raus. Wer ist der beste Mensch auf der Welt? Was ist der Mann? Er muss sich Camper sein? Da haben wir den Camper. Was? Was? Achso. Jetzt musst du mal drauf achten. Ich hab mal mein Ding ausgepackt. Idiot ey. So ein Idiot. Noch so ein Idiot. Double kill ey. Nicht mit das Sniper auf der Kampff. Ist das wirklich? Ist das wirklich free oder nicht? Was ist das? Muss nochmal abweißen. Hab nichts verstanden. Digga wie dumm sind die? Stimmt. Die Brot. Also morgen. Ich mach ein Elvis Video. Da hab wieder sammelten Stern auf. Die Todesstern. Ich hab ne perfekte Waffe. Kann ich in den Schritt gucken. Perfekt. Okay. Was hast du abgesagt? Ich hab wieder Leuten in den Schritt gucken. Achtung. Dein Corona werfen. Ich muss mir das jetzt wieder an. Abgewöhnt. Fängt auch mit Karan an. Die Corona fängt ja mit C an. Ups. Also Epic ist am Start. Ja da hab ich den alten ab in den Arsch geschossen. Da ist sie. Ja da war sie mein Sohn. Was ist das denn für ein Skin? Wo? Die da guck mich mal an. Nee lieber nicht. Hallo. Hallo Mario. Kann ich wünschen es mir aber. Warum gehst du nicht für das auf die Straße? Warte jetzt kommt der mit Mandela. Das ist ja wieder. Ich sag's dir. Einmal noch. Ich bin raus. Das kann doch nicht wahr sein. Entweder werde ich hier als Nutte deine Stolper. Spaghetti verpester. Was? Spaghetti verpester? Ja das geht. Ach das hat da hätte ich auch los nicht gedacht. Das geht einem ganz schön auf den Strich ne? Das Ding ist. Ich hab hier. Ich hab hier. Vor drei Tagen noch gehabt. Und ich hab sie komplett vergessen. Du hast sie im Zimmer. Liegen lassen. Ja. Ihr unterschätzt meine Macht. Was ist das denn? Warte. 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 Frau Sack. Einen hab ich. Nein. Epic. Ja da habe ich ruhig. MöIF. Möif. Ja Möif. Ja Mann Ulter. Das ist kein Battlefield. Das ist häufig. War schon bald Sven Z reigner. ou Mai. Da geht ihr die Koche. Man. Er kocht bestimmt wieder was. Das 함닥 ist. Das Ratter wird sie wieder weinen. Ich glaube so hat der Samen sag' ich deseai. ich wundere mich, dass nicht mehr geflogen ist. Nein. Boah, mein Glück gehabt. Weiter an. Nein, nein. Sag mal, was habe ich jetzt hier für diese Orchestermusik? Die Orchester? Das klingt fast wie Star Wars. Ja, das war, achso, von mir, das war doch Star Wars. Was will ich denn mit der Fahrzeugmodifikation? Der hat gesessen. Ich habe keine Muni mehr. Ja, verstehe ich, jemand hat geklärt. Komm ran auf den Läder. Idiot, ey. Level 31. Bist du 31er? Ja. Okay. Wir sind autoreif. Mit Master Chief, ey. Sind wir hier auf der Xbox, oder was? Uh, wenn man davon spricht, hat man eine. Ich verfolge einen Penis. Was? Ein Chrome-Bildschwein. Joggt einer. Oh, jo, 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 jo. MC Markus am Start. Was? Wir machen noch Party hier. Ist richtig Party. Geil. Nein, jetzt bin ich ins Klo gegangen. Oh, jetzt. Oh, 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 oh. Was ist denn hier los? Ich brauche eine Waffe mit Knarre. Eine Waffe mit Knarre? Was? Geht einer zum Tor? Oh. Oh, er hinten. Flug, der entkommt, das Flughörnchen und Tor. Lagen. Oh. Nein, was war ich? Oh. Oh. Scheiße. Was habe ich hier gemacht? Was ist... Ich trage ein war ich noch, abonniere. Ich trage mich. Ihren curtains. Bogen.